Herzlich Willkommen bei der Philistomanischer Stiftung. Mein Name ist Ollo Sinten und ich bin bei der Philistomanischer Stiftung. Armut geht auch Sie an. Der Vorsitzende der Philistomanischer Stiftung Wolfgang Freibald bittet Sie um Mithilfe. Helfen Sie mit Spenden. Egal ob Sachspenden, ob Kleiderspenden, ob Geldspenden oder auch mit Ihrer Hilfe. Kommen Sie direkt vor Ort. Helfen Sie uns an den Ständen, bei unserer Arbeit, wenn wir mit dem Bollerwagen durch die Gegend gehen oder in anderen Aktionen. Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam Menschen helfen, denn Armut geht alle an. Auf Wiedersehen. Ciao! Ja, danke! Das ist toll, danke! Schwarz und schlicht Ja, klar, tut es! So, dann möchte ich es ein bisschen dicker haben. Haben wir ja auch. Danke! Gerne. Danke! 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 Vielen Dank.